In Bad Doberan kommt Weihnachtsstimmung auf. Das sechste Türchen des lebendigen Adventskalenders der Stadt wurde am 6. Dezember von der 9. Klasse des Gymnasiums Frederico Franziszeum gestaltet. Die Kinder und Jugendlichen schmückten ihr Abendprogramm mit Musik, Geschichten und Gesang. Der Eingangsbereich der Schule war weihnachtlich dekoriert, um die Gäste der Stadt zu empfangen. Das Besondere an dieser Aufführung ist, dass die Schüler fast alles alleine organisiert haben, sich ihr Programm zusammengestellt haben, wie sie sehen, sehr aufgeregt sind und wir das zum ersten Mal machen als Klasse. Der lebendige Adventskalender ist eine Initiative der Evangelischen Kirchgemeinde Bad Doberans. Zu jedem Dezembertag treffen sich Menschen vor den Türen, Fenstern oder Garagen der Stadt, um die weihnachtliche Stimmung zu genießen. Es werden Geschichten oder Gebete vorgelesen oder Weihnachtslieder gesungen. Wegen der Corona-Pandemie konnte dieses zwei Jahre lang nicht stattfinden. Umso größer war nun die Freude der neuen Klässler. Wir haben sehr, sehr viel geprobt. Wir haben sehr intensiv geprobt, muss ich dazu sagen. Wir haben viele Kranke gehabt, die ausgefallen sind. Wir haben deswegen heute noch mehr geprobt, als Schule zu machen. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt. Wir sind alle sehr aufgeregt. Wir freuen uns darauf und wir wollen den Abend so gut es geht gestalten. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, weil ich darf das ja auch moderieren. Und ich spiele auch was und dadurch bin ich schon ziemlich aufgeregt. Ich nehme es gelassen, sagen wir es so. Es ist nicht das erste Mal, dass ich so etwas in der Art mache. Moderation habe ich schon als Kind immer gerne gemacht. Und von daher konzentriere ich mich auf meine Aufgabe und hoffe, dass alle dabei Spaß haben. Der Abend begann mit Chorgesang. Die Jugendlichen sangen den Weihnachtsklassiker Guten Abend, Schön Abend. Es folgten eine vorgelesene Geschichte sowie kleine Texte über Weihnachtstraditionen anderer Länder. Immer wieder spielten die Schülerinnen und Schüler selbst Musik. Sie gaben Weihnachtslieder auf der Violine oder dem Keyboard zum Besten. Der Abend endete mit gemeinschaftlichem Singen. Die große Aufregung der Schüler war nun gewichen. Ich persönlich denke, dass es sehr, sehr gut gelaufen ist. Jeder ist aufgeregt, jeder kann dadurch mal so einen kleinen Verhaspler haben. Aber ich denke insgesamt ist es sehr gut gelaufen, wie vorher angesprochen. Wir hatten viele Kranke, wir haben das Programm sehr lange und sehr intensiv auch umgeschrieben. Und wir sind froh, dass das jetzt so gut gelaufen ist. Das Publikum war begeistert, es wurde immer geklatscht, sie waren immer da. Auch wenn man bei der Moderation vielleicht mal was nicht so war, wie es eigentlich sollte. Aber das haben die alle mit Humor genommen und das freut uns sehr. Zum Schluss der Veranstaltung lud die Schule zu einem kleinen Buffet mit Kuchen, Glühwein und Kinderpunsch ein. Auch nächstes Jahr wird wohl das Türchen am Nikolaustag im Gymnasium Bad Doberhan geöffnet. Und somit wieder für Weihnachtsstimmung bei den Schülern und Besuchern gesorgt. Für die Wächter, sie leuchtet so. Die Wächter, sie liefert ihre Erkein und Besuchern und Besuchern雪. Und es ist keine Kommiss boots oder die comedianischen Erkein und Besuchern.